Hi Leute, ich bin ja der Horrorhund, also muss jetzt auch Horror kommen. Hier eine Horrorgeschichte, wow. Es war einmal eine Bratwurst, die wurde gekauft und dann lag die so im Kühlschrank. Die wurde einfach so fast vom Käse zerquetscht und man hätte die ja noch essen können. Die Bratwurst hatte Angst, also versuchte sie zu flüchten. Die Tür war aber zu und der Raum dunkel. Plötzlich hörte die ein Geräusch. Jemand hat geschrien. Die Bratwurst schaute nach und es war eine Kartoffel. Sie wurde geschält. Die Bratwurst brach die Tür auf und rannte weg. Als sie endlich aus dem Haus war, kam eine Katze. Die war aggressiv. Die Wurst wollte weg und schrie. Aber die Katze war zu schnell. Wow, so was dann passiert ist, könnt ihr euch ja denken. Ich grüße Gamer the Gangster. Ich hau mal ab. Tsch, au, tsch, au. Wow, wow.